Er ist Straßenmagier und hat wirklich immer interessante Nummern dabei, wenn er hier zu Gast ist. Bitte begrüßen Sie Farid! Als Straßenmagier hört sich so scheiße an. Streetmagier ist besser, oder? Streetmagician. Also es geht eher um die Magie vor deinen Augen, in deinen Händen, anstatt darum auf der Straße zu stehen mit dem Hut. Das ist also weniger. Du arbeitest direkt nah an den Leuten, ja? Du bist nicht so einer wie, weiß nicht was, wie hier Hans Klopp, der psch und dann wird eine Frau zersägt und dann ist sie doch noch zusammen. Ich versuche halt nicht so nah, so weit weg zu sein beim Publikum. Auch in der großen Live-Show, die ich spiele, gibt es überall Kameras, überall Videoübertragungen. Viele Zuschauer sind auf der Bühne oder ich bin mitten im Publikum. Okay. So, mit was möchtest du mich heute veräppeln? Ach was, das ist doch nur Unterhaltung. Du sollst immer zum Kind werden. Okay, also ein Kartenspiel. Ein Kartenspiel. Sag mir mal bitte irgendeine Karte, die du siehst. Du musst also keine ziehen, einfach hier. Ist eh egal. Ist eh egal, was funktioniert immer. Ich nehme die, ganz bescheiden nehme ich jetzt die zwei. Die hier? Ja, die zwei mit dem... Pick. Pick zwei. Dann möchte ich dich bitten, den Stift zu nehmen, ein Adding und einfach mal deinen Namen drauf zu schreiben. So, jetzt muss ich mal aufpassen. Also ich habe jetzt einen Stift bekommen. So, in diesem Kartenspiel habe ich bisher keine Karte in der Hand gehabt. Ich wusste auch noch nicht mal, dass du das mit mir machst. Jetzt hast du mir eine Karte aus dem Kartenspiel gegeben. Okay. Einfach mal auf die... Einfach mal deinen Namen drauf schreiben. Das ist eine ganz normale Karte, alles ganz normal. Jetzt schreibe ich hier meinen Namen drauf, ja? Hier. Ja. Ja. Prost drauf. Die Karte von beiden Seiten signiert von Stefan Raab mit Günther Joch. Die Hände sind leer. Und ich versuche dir etwas sehr, sehr Besonderes zu zeigen. Schau genau hin. Ich knicke hier in die Ecke ab. Ja. Und möchte dich jetzt bitten, mir einfach mal deine Faust zu geben. Einfach mal... Ich knicke noch ein bisschen besser. Genau. Ein bisschen weiter runter. So. Und deinen Daumen nach oben. So, ein bisschen tiefer das Ganze. Ja. So, dass man das noch gut sehen kann. Genau. Und hier würde ich jetzt einfach mal die Ecke abreißen. Ja. Und jetzt gibst du mir deine andere Faust mit deinem Finger. Genau. Und hältst die Ecke fest. So. Ja. Und reißt selbst die Ecke ab nach unten. Du hast es jetzt selbst gespürt. Ich habe es selber gespürt. Du hast es selbst gerissen. Du hast es selbst gesehen. Und das ist auch wirklich die Ecke. Ja. Hier wird die jetzt nicht ablenken lassen. Gut festhalten. Nicht loslassen. Die Ecke nehme ich jetzt. Ja. Mhm. Wir sehen die Unterricht vom Stellraum mit Günther Joch. Die Ecke. Wie ist sie jetzt auf, ne? Schluckst du auch runter. Mhm. So. So. Schmeckt? Geht. Nicht loslassen jetzt. Ja. Moment. Nicht loslassen. Ja. Und da ist deine Unterschrift drauf. Und da ist deine Unterschrift drauf. Und die Karte ist wieder ganz. Ja. 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 Sehr interessant. Ich denke in der Werbung drüber nachhöre ich gerade. Und gleich sind wir wieder da. Und dann zeigst du uns noch was? Sehr gerne. Ja. Also bleiben Sie dran. Wenn Sie noch einen Trick von großer Illusionistischer Kunst, sagt man das so, sehen möchten, dann sind Sie hier richtig. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ja. Ja. Ich versuche das Repertoire natürlich immer so weit wie möglich zu fächern. Also von der riesengroßen Bühnenshow bis zum kleinen Theater bis zu einer Restaurantshow oder ein Matching unplugged in ausgewählten Bars wie hier im 1.50 in Köln einmal im Monat. Ja. Und da ist für jeden was dabei. Aha. Dann zeig uns doch noch was. Sehr gerne. Dann bleiben wir gleich mal beim mentalen Thema. Ja. Und zwar möchte ich, ich habe auch ein bisschen auf Karten rumgekritzelt. Ich habe jetzt nicht mit Günther Jauch unterschrieben, aber ich habe gestern ein Kartenspiel genommen und habe es komplett und wild durchgemischt. Dann habe ich mir den Edding genommen und habe von oben nach unten die Rückseiten ganz groß durchnummeriert. Das heißt ganz oben die 1, die zweite Karte die 2, die dritte die 3. Die Frage ist jetzt, wenn das Spiel ja durchgemischt ist, welche Karte verbirgt sich hinter welcher Nummer? Und da kannst du mir vielleicht helfen, wenn du einmal ein freies Blatt nimmst. Sehr gut. Und einen Stift. Ja. Und ich dir jetzt einfach mal was in den Raum werfe und du mal ein Gespür dafür entwickelst und eine These, eine Theorie, welche Karte oder welche Zahl sich immer dahinter verbirgen könnte. Zum Beispiel, wenn ich dich anschaue und würde jetzt sagen, Pigass. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Es ist in der oberen Hälfte zwischen 1 und 26. Was glaubst du, welche Zahl steht auf der Rückseite von Pigass? Soll ich das jetzt hier draufschreiben? Mhm. Von dem Kartenspiel, was du gestern gemischt hast. Genau. Also ich sage jetzt mal Pigass, wenn ich dich anschaue und du, welche Zahl fällt dir ein zwischen 1 und 26? Ich sage irgendeine Zahl und die steht dann da hinten drauf wahrscheinlich. Schauen wir mal. Kommt drauf an, ob du richtig liegst. Wenn nicht, hast du das natürlich verkackt. Was soll ich das wissen? Ich rate ja einfach drauf los. Dann schau mal, wie gut du bist. Pigass. Ich sag Pigass. Welche Zahl sagst du? Das ist in der oberen Hälfte. 1 bis 26. Ja. 1. 1. Okay, dann schau mal bitte Pigass und 1. 1 und muss aber nicht das Zeichen da malen, oder? Wie du magst. Pigass. Okay. Okay, dann schau mich bitte nochmal an. Wenn ich sage Karo 10 und ich gebe dir einen Tipp, es ist in der unteren Hälfte zwischen 27 und 52. 52. 52? Ja. Sicher oder nochmal umentscheiden? Nein. Karo was? Karo 10. Karo 10. Okay, dann machen wir es mal schwierig, wenn du jetzt von oben und nach unten ausgehst. Hier ist auch ein Blatt, ja? Genau, dann nimm noch ein drittes Blatt. Dann machen wir es mal anders. Ich sag mal meine Glückszahl, ich sag die 23 und du sagst mir welche Karte draufsteht auf der 23. Irgendeine Spielkarte. Karo 1. Gibt's die eigentlich? Karoas wäre das. Ja. Sicher? Nein. Ähm. Herzdame. Sicher das die Herzdame? Ja, natürlich. Okay, dann schreibt mir bitte auf 23 und Herzdame. 23 Herzdame. Okay. Dann schauen wir doch mal nach. Ich hab' dir dieses Kartenspiel. Ja. Für heute vorbereitet. Tifo total. 13. 2014. Ja. Aber woher willst du denn wissen? Weil ich hab' dir ja jede andere Zahl sagen können. Schauen wir mal nach. Brauchst du mir gar nicht sagen, ich glaub' dir, dass das stimmt. Okay. Dankeschön. Komm' gut nach Hause, fahr' vorsichtig. Nein, nein, nein. Schauen wir mal. Also. Du wirst ja nie das Kartenspiel aufmachen, wenn das jetzt total in die Buchse gegangen wäre. Dann wirst du sagen, ah! Ich würd's durchziehen und dann versuchen später zu schneiden. Ja. Also die Karten sind alle verschieben. Du hast gesagt Herzdame, ne? Genau. Herzdame 23. Herzdame hast du zum Beispiel gesagt. Das ist schon mal das eine. Und wenn wir jetzt von der Rückseite ausgehen. Einmal die Nummer 1 direkt rauslegen. Ja, das ist die 1. Ja. Und es ist ja durchnummeriert. 48, 49, 49, 41, 42, 43. Glaubst du wirklich, dass ich so richtig lag? So. 52. So, legen wir's mal dazu. Herzdame hierhin. 52 hierhin. Und 1 dahin. Stefan. Als... Ich würd dir ja jede Zahl sagen können. Ich glaub' dir, dass da drunter ist. Brauchst du gar nicht umzudrehen. Das ist aber nur, weil ich jetzt schon neunmal hier war. Ja. Okay, pass auf. Als ich sagte, peak ass. Ja. Hast du gesagt, 1. Ja. Drehen wir bitte um. Und ich hab's immer zuerst gesagt. Ich hab's nicht abgewartet, was Stefan sagt. Sondern ich hab gesagt, Karo 10. Und da hast du gesagt 52. Und da ist auch die Karo 10. Und dann haben wir's mal schwieriger gemacht. Weil du ja immer von oben nach unten gegangen bist. Ich hab einfach mal was in der Mitte genommen. Die 23. Und du hast gesagt, Herzdame. 23. Stimmt auch. Ja. So. Das ist so, das ist so ähnlich wie das, was du schon mal mit mir gemacht hast. Da bin ich aber auch nicht drauf gekommen. Das heißt, hier steht ja die Zahl drauf. Die hat ja einer da drauf geschrieben mit einem Edding. Ne. Und das ist nicht der Edding hier. Warte mal. Weil der ist dünner. So. Ich hab's ja auch gestern geschrieben. Nicht heute. Ja, du hast es gestern geschrieben. Aber. Nein, nein. Du hast es nicht gestern geschrieben. Das muss ja jetzt irgendwie da drauf gekommen sein. Ist ja klar. Nur, das hast du ja bei dir in der Tasche gehabt. Entweder hast du da einen ganz kleinen Typen, der bei dir in der Jacke sitzt. Nimm wie mein Fitzi. Ja. Der das da schnell draufmalt. Und zwar so, wie ich das sage. Darf ich mal gucken? Andere Sendung. Okay. Da sitzt also ein kleiner Typ da unter deiner Jacke. So. Das haben wir schon mal. Das ist sehr interessant. Oder du hast, aber so viel kann es nicht sein. Du hast, du hast einfach 37 Kartenspiele. Ne, das geht ja gar nicht. So viele Möglichkeiten. Du musst ja Millionen von Karten haben. Ja. Das ist da. Das ist verblüffend. Das ist interessant. Guck mal. Überleg ich mal bis zum nächsten Mal. Vielleicht komme ich noch darauf. Ja. Kommst du nochmal wieder? Sehr gerne. Und dann? Bringst du uns nochmal sowas mit? Und dann zeig ich mal was auf der Bühne, habe ich mir überlegt. Okay. Also mit Tieren auch. Machst du auch was mit Tieren? Mit Tieren nicht. Mit Tieren mit Haaren und Kaninchen und so, die irgendwo rauskommen. Was gibt es denn da zu lachen? Mit Tieren halt. Das wäre auch lustig, was mit einem Schaum geht. Aber das Gute ist, ich brauche die Effekte gar nicht mehr zu Ende zeigen. Ich leite einfach irgendwas ein. Lass dich in dem Glauben, dass alles gut wird. Und du gehst automatisch davon aus. Genau. Das ist nur ein Poker. Das ist einfach nur ein Image. Weil ich weiß, natürlich packst du die Karte nicht aus, wenn da hinten das Falsche draufsteht. Sollte so sein. Und wie ist das da drauf gekommen? Diese Frage können Sie sich heute Nacht mal durch den Kopf gehen lassen, meine Damen und Herren. Denn das war's für heute. Morgen bei uns Comedian Chris Tall und jetzt kommt The Big Bang Theory. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute. Farid, meine Damen und Herren. Macht's gut. Bis morgen. Vielen Dank. Vielen Dank.